Angenehmes Leben und Wohnen im Alter, das ermöglicht der häusliche Pflegedienst Wunsdorf. Mit dem Credo Gepflegt wird, wo gelebt wird, bietet der Pflegedienst vielfältige Möglichkeiten, die individuelle Wünsche und Anforderungen erfüllen. Ob ambulante Grund- oder Behandlungspflege, aktivierende Tagespflege mit Fahrdienst oder das Leben in betreuten Seniorenwohngemeinschaften. In allen Bereichen garantiert Inhaberin Antje Kafke sowie ein qualifiziertes Pflegeteam umfassende Versorgungsleistungen auf hohem Niveau. Senioren in der Region Wunsdorf-Seelze und allen anliegenden Gemeinden vertrauen auf eine fachkompetente Unterstützung, auch im Notfall, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Pflegedienst Wunsdorf. Wenn Sie Hilfe benötigen, vertrauen Sie uns.